Hallihallo, da sind wir wieder. Wir geben hier mal ganz kurz die Quest hier ab. Zack. Da haben wir wieder Geld. Wir haben hier die... Ich habe jetzt hier die Larven-Dinger weitergefarmt. Und ich habe hier diese Teile hier bekommen. Die hauen wir jetzt mal überall drauf. Prost. Jedes bisschen Rüstung macht uns stärker. Halten wir halt einfach mehr aus. Und mehr aushalten ist immer gut. So. Jetzt hätte ich gesagt. Hier liefen wir mal. Der Fliechen... Ich kaufe und handle. Du bist kein Flugmann. Was jetzt? Tschüss. Nach Taransmühle. Und werden dort... Dann wieder ein bisschen Zinnfarm. Und ich melde mich mal wieder an fürs Alterac. Also, Leute. Ja, ich glaube, wir sehen uns einfach im Alterac-Tal wieder. Denn ich habe jetzt gerade nicht so viel zu erzählen. Es ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Also, ich schreibe mir es jetzt besser auf. Bam. Fertig. Und zwar, passt auf. Skoll, 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 Skoll. Das war nach dem... Dings. Arfen. Säure. Aufheben. Punkt. 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 Moment. Kein To-Do. Flaggenjagd, ja, bumm, haben wir das mal aufgeschrieben, so, äh, wir sehen uns gleich wieder, da sind wir schon wieder, hier, guck mal an, sind vollkommen, das hat gefunkt, da hat alles funktioniert, und da ist es schon wieder weg, da ist es schon wieder da, achso, wir wechseln gerade Gebiete, stimmt, ja, so, wir melden uns hier jetzt einmal ganz kurz an, für ein Schlochtfeld, da können wir noch nichts machen, da teben wir uns natürlich auf, und dann gehe ich wieder weiter farmen, wir werden jetzt, um so den Plan für die nächsten zwei Folgen vorauszusetzen, ein Alter machen, das machen wir noch in der Folge, bumm, bumm, und dann, guck mal, 40 Minuten, ne, 34, fast genauso lang, währenddessen ich Zinnfarben gehe, dass ich auf Eisen komme, danach hätte ich vorgehabt, eine Folge, vielleicht zwei Folgen, wieder in Tieresfall zu questen, um da wieder ein bisschen Druck zu machen, dass wir Quests abschließen, oder wahlweise diese Story, äh, Questreihe zu machen, mit dem gefallenen Helden, äh, ne, Blödsinn, halt, stopp, wir machen jetzt, genau, ich, ich bin sehr dumm, wir machen jetzt hier ein Schlachtfeld, danach machen wir in den Träumen, und danach questen wir das Land komplett durch, so machen wir es jetzt, und danach gucken wir mal, alles klar, Leute, das ist Zinn, sehr gut, wir sehen uns dann im Schlachtfeld wieder, bis gleich, moin, moin, moink, oink, das, oh, ich hab kein Futter gekauft für mein Schweinchen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist, das ist wirklich schlecht, schlecht ist das, aber was gut ist, dass wir in der nächsten, äh, danach wieder, hier, bumm, Ehren nach oben pumpen können, das ist sehr gut, wir sind übrigens, wir sind übrigens im Alterac, yeah, das Alterac, so, und wir werden wieder mit dem Pulg mitreiten, denn an dem Pulg geht es jetzt gut, und jetzt gucken wir mal gleich, ich bin der Leader, da haben die richtigen Leute einen Bonus, den da, den Attack-Bonus, Schlachtzug-Lieder, kann ich hier rechts klick, alle, bumm, ich könnte den Bereitschafts-Check machen, Tja, 320k, Hanna, würde ich auch gerne mitnehmen, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich, die da vorne sind auch Geschichten, zack, zack, Alterac, wieder Fell, wieder Balg, zum Ausland er Bum 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 Ich muss die ersten Planen hier sein. Da. Zack. Shit. 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 Blöd. Nicht wahr? Allmaster. Blöd. Treffen wir uns hier. Das ist ein Tank. Nie. Ja. So. Zack. Bumm. So. Nice. So. Ein bisschen hier schön. So. Genau. Wir gucken hier jetzt mal rein und hier mal rein. Um die Typen zu finden. Für die eine Quest. Dann können wir die eventuell da auch abgeben. Dann hätten wir fast alle Quests fährig. Bäm. Jetzt sind wir nochmal vier Gold. So. Flagge getappt haben wir ja. Yeah. Yeah. Endhude-Stoß. Werde nach vorne. Hier. Fuck. Nicht. Da. Schade. so Pasha prun ich bin außer Reichweite so zack ja jitt ja jitt run so Aufenthaltsort entdeckt und da oben Aufenthaltsort entdecken schön die Aufenthaltsorte entdecken haben wir eine gute Quest abgeschlossen also für uns eine gute Quest gibt auch wieder Ruf für die Baggage äh angreifen Ja, ist die hier drin? Ja, hier ist sie. So. Wenn die jetzt safe nach Hause zurück ankommen, dann könnten wir jetzt tolle Unterstützung holen. So, ich beschütze natürlich hier weiter den Punkt. Das ist der Hecke. Hecke, Hecke, Fahrrad, Hecke. Bam. Als Ruf zeige ich mir den hier an. So. 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 war ein bisschen doof. Dass ich da auch immer runterfallen muss. Zack. Buru, buru. Ja, ich kann ziemlich... Dann, wenig. Dann, wenig. so den Friedhof vorne tappen, kriege ich das hin? das wäre ja ich weiß nicht ob das klug wäre oder nicht eigentlich möchte ich zurück ins gezerge weil ich bekomme hier keine ehrenhaften siege zusammen ah 300 so ich hoffe ich überliebe das so gut dürfen wir hier mal von da oben den Friedhof ich muss nie herren ähm Pat wieder zu beleben macht keinen Schinn da ist schon wer drinnen wir verteidigen hier mal den Friedhof das ist zu weit entfernt ich bin außer Reichweite soo soo zack zack komm komm und dann doofy bam bam gut 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 das sind zählt ja nicht als ehrenhafter Sieg oder? nee zack ne 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 Eigentlich möchte ich sterben. Ah ja, schießt mal auf mich. Danke. Wo komme ich denn raus? Dahinten. Und schon haben wir uns teleportiert. Meine Freundin. Geil. Ich möchte aber ins Gezerge rein. Ich möchte ein bisschen Spaß haben. Das heißt hier und hier kämpfen. Und die Quest, die ich abgeben. Rein ins Getümmel. Rein ins Getümmel. Rein ins Getümmel. Tümmel. 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 Ins Getümmel. Rein ins Getümmel. Rein. Ich habe keinen Trank. Ich werde sterben. Oh, ich habe hier Heilung. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. So. Warum sind wir hier denn nur noch so wenig? Wo kämpft denn der Rest? Was macht der Rest? Wir sind hier nur zu fünft. Ach, das sind alles Schulken oder wat? Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. ber. So. Einsammeln. Egal, ihn noch bekommen. Hier oben, das ist halt Hammer. Der Schurke hier, den Friedhof, die Mine haben wir. Die Mine haben wir nicht. Aber das gefällt mir. Ich frage mich gerade, ich gebe mal hier das Fleisch ab. Ich gebe mal hier das Fleisch ab und so ein Widerding. So. Zack. Blüte für Langsam, der Gift. Ich bin außer Reichweite. Schade. Dumpalda haben wir. Ah, haben wir schon. Wir können uns noch einen Buff holen. 10 Prozent. Ja, den gerade nicht. Seid sicher. Vorwärts zum Sieg. Sie ist da, hallo Das war die Blutlady Und war oben das Fleisch Seid gegrüßt So Ah, hier war das Die andere ist noch nicht da, oder wie? Die hat es nicht überlebt Schade Holen wir mal eine Kavallerie Wie schaut's denn da eigentlich aus? Selten gesehen, denn Elementar öfters Tatsächlich Früher Kavallerie eher selten Blut und Donner Vorfährt's zum Sieg Bleibt sauber Mögen die Geister So Fangen wir mal hier Das ist zu weit entfernt So Raulkorb für dich Haben schon gewonnen Na gut Hey Na gut Ey, ey, ey Ähm Ja Potenziell würde ich da nochmal eins machen Ich melde mich auch am besten gleich wieder an Weil dann werden wir hier hergepeutet Ups So Wir treffen uns aber da oben Machen wir mal die Quest Bis dahin Latscht der dann Das sollten wir schaffen Bis wir Nenweit bekommen Und wenn wir dann mitten unter der Quest sind Dann brechen wir den Nenweit halt ab Aber das sollte machbar sein Das sollte machbar sein Jetzt machen wir noch einmal das hier Ähm Und Leute, wir sehen uns dann Da oben wieder Also Tschüss Sikowski